Bist du auf der Suche nach einem leistungsstarken und dennoch stylischen Mainboard, das sich sowohl für anspruchsvolles Gaming als auch für kreative Projekte eignet? Dann könnte das ASRock X870 Steel Legend WiFi genau das Richtige für dich sein. Dieses Mainboard vereint nicht nur beeindruckende technische Features, sondern punktet auch mit einem auffälligen Design in Weiß, das perfekt in jedes ästhetisch abgestimmte Setup passt. Das Steel Legend beeindruckt auf den ersten Blick mit seinem schneeweißen PCB, das sich ideal in ein weißes oder RGB-gesteuertes Setup integrieren lässt. Die weißen Akzente in Kombination mit silbernen Elementen verleihen dem Mainboard eine moderne, cleane Optik. Die RGB-Beleuchtung ist subtil unter einem der Kühlkörper platziert, was einen angenehmen Glanz verleiht, ohne zu überladen zu wirken. Perfekt für diejenigen, die nicht auf eine RGB-Show abfahren, aber dennoch ein bisschen Beleuchtung schätzen. Ein Highlight des Designs ist das robuste 8-Lagen-Server-Grade-PCB mit verdicktem Kupfer, das für verbesserte Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Für Übertaktungsfans ist das Steel Legend optimal ausgestattet, da es mit einem 14++++ Powerface-Design und hochwertigen MOSFETs aufwartet, die auch leistungsstärkste CPUs wie den Ryzen 9 9950X problemlos handhaben können. Die Speicherausstattung ist ebenfalls beeindruckend. Mit vier DDR5-Slots unterstützt das Mainboard bis zu 256 GB RAM mit Geschwindigkeiten von über 8000 GHz bei entsprechender Übertaktung. Dank der Unterstützung für AMD Expo und Intel XMP-Profile wird das Feinjustieren des RAMs zum Kinderspiel, was eine optimale Performance für Gaming und rechenintensive Anwendung ermöglicht. Die Anschlussmöglichkeiten des Steel Legend sind umfassend. Zwei USB 4-Typ-C-Ports bieten ultraschnelle Datenübertragung von bis zu 40 GB pro Sekunde und auch die M.2-Steckplätze sind mit PCIe 5.0 und 4.0 ausgestattet, sodass du die neueste Generation von NVMe-SSDs in vollem Tempo ausreizen kannst. Ein besonderes Highlight ist der werkzeuglose M.2-Kühler, der nicht nur den Einbau erleichtert, sondern auch für eine verbesserte Wärmeableitung sorgt. In Sachen Netzwerk punktet das Board mit einem schnellen 2.5G LAN-Anschluss und dem neuen WiFi 7 Standard, was es für datenhungrige Anwendungen und Gaming-Sessions über WLAN prädestiniert. Bluetooth für kabellose Peripheriegeräte ist natürlich auch mit an Bord. Wenn du dir das Mainboard einmal genauer ansehen möchtest, findest du den Link zum Produkt auf Amazon in der Videobeschreibung. Natürlich hat das Steel Legend seine Schwächen, die wir hier kurz zusammenfassen. Preislich eher im oberen Bereich angesiedelt. Keine Unterstützung für ältere Ryzen-Modelle. Weniger USB-4-Anschlüsse als einige High-End-Konkurrenten. RGB-Beleuchtung könnte für Fans intensiver Lichteffekte zu dezent sein. Die Vorteile dieses Mainboards überwiegen jedoch bei weitem. Attraktives weißes Design, perfekt für moderne Setups. Unterstützung für PCIe 5.0 und DDR5 für zukunftssichere Leistung. Hervorragende Kühlung und VRM-Design, ideal für Übertaktung. Umfassende Konnektivität mit USB 4, Wi-Fi 7 und 2.5G LAN. Einfacher Einbau von M.2 SSDs dank werkzeugloser Kühlkörper. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das ASRock Steel Legend Wi-Fi ein herausragendes Mainboard für alle ist, die nach maximaler Leistung und moderner Technologie suchen. Schau dir das Mainboard unbedingt genauer an und folge dem Link in der Videobeschreibung zu Amazon, um dir alle Details und den aktuellen Preis anzusehen. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen und einen Kommentar zu schreiben, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!